Daffy Gravity Extended Und wir haben es mittlerweile schon recht weit gespielt Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, wir haben schon mehr als die Hälfte Von daher wird dieser Stream heute auch nicht so lange gehen Und wir werden das Spiel jetzt schön zocken, ja Und, ja, mal gucken, ob wir es zu Ende bringen Ich weiß es nicht, deswegen steht es auch im Titel Bringen wir es zu Ende, Fragezeichen Da muss ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, wie man Das alles nochmal macht So, damit zog man sich ja ran Ne, mit dem blauen hat man sich rangezogen, okay Mit dem Orangenen abgeschlossen Gut Gucken wir mal Oh, äh Hm Es ist zu lange her Ich muss erstmal gucken Okay, warte mal Achso Okay, ich verstehe das Problem Äh Ah Komm zurück Hm, aber ich kann hier einfach Äh Natürlich Out of blah Okay, ich muss da Ah Wunderbar Wurde sagen Ich muss da schnell rüberkommen Sonst bringt das nicht so viel Oh oh Ah Äh Achso, die konnte ich ablenken, ne Ganz genau Äh Was war das jetzt Ja, schön, dass ich hier noch im ersten Raum festhänge Achso, Mann, was mach ich denn hier gerade Mann Gott, es wird ja auch schon jetzt deutlich schwerer Von daher Mann, ich bin zu dumm Komm schon Oh Okay Kann ich hier irgendwie weglenken? Ja, ne, genau Mein ich doch So Äh Jetzt hab ich minimal Angst bekommen Ja, toll Äh Wow Ja, toll Wie viel Okay Kleiner Checkpoint Na super Mann Oh Ja, okay Es ist wirklich nicht mehr ohne Der Scheiß hier Ich merke schon Vor allem muss ich auch noch schnell sein Kann ich doch gar nicht Hm Aber die Mucke ist cool Ah Man merkt vielleicht, dass ich minimal verwirrt bin gerade Dass ich überhaupt nichts mehr hinkriege gerade Komm schon Oh Okay Oh Oh Haha Das war cool Dark Sonic Moin, ich bin wieder da Hallo Okay Okay Interessant Gar nicht Es ist gar nicht gerade so ein So ein So eine Verzögerung Beim Stream Merke ich gerade Ich dachte Well Soll ich wieder den Deathcounter starten? Joa Wäre ganz cool Ja Jetzt muss ich bestimmt wieder auf die Plattformen da achten Oh Das war dumm Das war dumm Äh Ich glaube auch die kann ich nicht ablenken, oder? Ah Ah Hoppala Ding, 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 ding So Ging doch Hi Bro Nenn mich Max Hallo Jones Oh scheiße 1911 Oh, deine Zahl, ne? Wer macht denn so was? Nein, Quatsch Was war das jetzt für eine Aktion? Scheiße Hui Dann mach ich mal so Zack So, zack Komm schon Oh Gott, nein Oh Mann Oh, das wird jetzt aber echt anspruchsvoll Das war ein bisschen dumm Na gut, aber funktioniert Vielleicht kann ich es aber auch anders machen Wenn nicht Das war jetzt ein blödes Beispiel Aber wenn ich das Orangene einfach mal So ungefähr setze Ne Ne, das geht nicht Mh Achso Sah gerade komisch aus Ich hab gerade irgendwas gesehen Was nicht da ist Auf meinem Bildschirm Äh Als er gerade den Luftdarm gemacht hat Hat er da gefurzt Kann sein Ich hab noch mal ne Frage Ist der Sound eigentlich zu laut? Weil irgendwie war der letzte Mal ein bisschen laut Ist mir aufgefallen Äh Das will ich jetzt natürlich nicht Obwohl es sowieso blöd Wenn ich den regeln muss Dann müsste ich das Spiel minimieren Und bla 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 Das ist wieder Fürchterlich blöd Oh, das wäre jetzt so gut gewesen Ja, ich hab mal wieder Spaß hier Ah, was tue ich Okay, das ist echt nicht ohne Wenn ich das so mache Pass mal auf Ah Okay, es war nicht gut Äh Du richtig dem Tod entgegengeguckt Äh, entgegengeguckt Alles gut, okay Dann ist ja in Ordnung Da ist man auch schön Meine Stimme und so Ausreichend hört Wo die sowieso niemand hören will Komm schon Oh Okay, guck mal Das war doch gar nicht schlecht Oh Gott, das war Was? Mann, so schnell kann ich doch gar nicht reagieren Mann Ah Ne, passt zumindest hier auf dem Handy Letztens mal konnte ich, wie gesagt Nicht mit dabei sein Da Twitch Probleme hatte Und die App ist ein bisschen Fert Fresisch, okay Das heißt verpeilt Dumm und scheiße Ich verstehe Okay Leute Der Stream wird bis 11 Uhr abends gehen Wenn ich hier so weitermache Wie gesagt Ich glaube Es fehlt nicht mehr so viel Aber es wird halt Deutlich anspruchsvoller Ich glaube Das merkt man auch ein bisschen Mann, das wollte ich gar nicht Ich wollte viel mehr nach oben schießen Ah Das ist doch Mist Ja, das Das war jetzt richtig lame Ich muss vielleicht noch Schräg oben schießen Sonst wird das nicht Hui Ja, das war Viel zu früh aufgehört Alter, es geht ja mal weiter Oh Gott Da hab ich mal Glück gehabt Puh Du wurdest nicht als live angezeigt Also vor ein paar Minuten Ich musste nur auf Live-Channels klicken Ich Idiot Wie jetzt Ich wurde nicht angezeigt Mein Trich liegt nach Also Angaben Von Deathcounter ohne Gewehr Oh mein Gott Ach ja, stimmt Oh Tut's mir leid Dass du gerade Das hier erfahren musstest Okay Das sind Mauern Für die Aber nicht für mich Das ist interessant zu wissen Kann ich ja Buster Äh, doch nicht Fräse schleich Nicht so gut, Leon Geile Sau Das war jetzt auch nicht so gut Können wir mal gucken Knapp dran Mich an einer Errungenschaft Ich glaube, das sieht man im Stream nicht Man sieht nur eine Maus Die plötzlich aufploppt Ich bin gerade im Steam-Overlay gewesen Mal Juts geguckt Ob wir vielleicht die Errungenschaft doch schon haben Oh Blöde Sau Ich muss ein bisschen weiter nach unten So wie hier Oh, das wollte ich jetzt nicht Aber gut Macht er nichts Booster Wow Oh Nein Oh, da riecht es zu langsam Kann ja mal passieren Okay Oh, die unterste Kante Ich bitte dich Okay Ist echt nicht ohne Da kannst du mir sagen, was du willst Aber es wird schon anspruchsvoller Oh Ach, es muss ja nichts von einfach Schlechtes sein Ist alles in Ordnung? Du erscheint mir sehr kurios und ruhig Verbirgst du etwas? Äh Ich würde mir einfach mal netter angepimmelt Ne Nicht, dass ich wüsste Äh Ja Jetzt habe ich kurz auf den Chat geguckt Und bin einfach drunter gefeilt Kurios und ruhig Warum denn? Warte Jetzt bin ich ruhig, weil ich mich konzentrieren muss Äh Oh, komm schon Ja Oh, okay Okay Was? Ach, jetzt wahrscheinlich eine Tür auf Äh Ist ja arschig Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Gut Mach ich das einfach mal First try Warum auch nicht Angepimmelt Kann man auch ein bisschen falsch verstehen Eventuell Pfeile Pfeile Okay Das ist eigentlich Todesboden einfach Oder einfach gar nichts Äh Was war das jetzt? Äh Aber wie soll das denn jetzt hier gehen? Gut Gut Ich kann natürlich Oh 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 Fast Okay Okay Muss ich wirklich mal Cool sein Lass es mal überleeren lassen Ne Quatsch Leon ist cool Nur verlagte sie eher den Zungensound Äh Das stimmt Ich weiß selber gar nicht Warum eigentlich Aber irgendwie Vergesse ich ihn einfach viel zu oft Naja Ah Es muss Es muss einfach die richtige Gelegenheit sein Ja Es muss Ja, das war jetzt richtig dumm Äh So ungefähr Es muss die Ey Spring du Warte mal Ich muss das sonst einfach mal andersrum machen Oh Das war jetzt Das war jetzt auch richtig dämlich Äh Ich versuch's mal andersrum Dass ich zuerst den Orangen benutze Pass mal auf Ja Ich zeig euch jetzt mal Was cool ist Meinen größten Trick Oh Das war mein größter Trick Nein Äh Das kann unter over 1000 Das war mir mal gerade so Sag mal ganz grob KKKKKKK Versteh ich nicht Äh So Mann Wieso fall ich denn da mal durch Kann ich Dann kann ich jetzt sowieso nicht mehr schaffen Waaaa Nein Johnny Ähm Was haben wir der Zunge Ähm Ähm Oh nein Alter Wie mach ich das denn am besten Ähm Hm 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 Okay warum konnte ich gerade einen Dreiersprung machen Alter Alter Man ich hab einfach so gut hingelegt Oh So gut vorgelegt Was soll ich das denn meistern Alter Vielleicht muss ich's ein bisschen Ne ist auch Quatsch Ähm Eigentlich wollte ich nicht mal noch zocken Aber der Lethko Ich meine Alles gut Du musst der keinen machen Ich glaube das ist sowieso Äh Sehr sehr Anspruchsvoll Oh nein Komm schon Komm schon du Oh Oh nein Oh nein Oh nein Oh ist das gemein Zeig mal deine Skills mit der Zunge Alle Sounds die du drauf hast Zitat Bei mir gibt es keine Vergebung Ja Das äh Mein ich auch vollkommen ernst Äh ja Was soll ich denn für coole Lieder haben Wünsche euch mal Lieder Die ich äh Verzungen geräuschen kann Fangen wir mal coolen Zelda Liedern an Ah Alter äh äh Ich kann ja nicht Ich kann die Musik danach machen Okay Ich verstehe nicht warum ich manchmal Drei Sprünge machen kann Manchmal zwei Ich habe Braucht das einfach einen gewissen Cooldown oder so Ah ja Ich sehe es Ah Okay Wenn das Wenn das Äh Die Lampe aufhört Hab ich das gerade gesehen Oh Okay 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 Damit kriege ich das natürlich hin Äh Kann man auf die Pfeile drauf Die in der Luft schweben Nee Wäre ja zu easy Ah Okay das war auch ein bisschen schräg Ah Zahn 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 Hab ich Zahn gesagt Kann gut sein Warum setze ich das Portal schon Bin ich eigentlich scheiße Äh Portal Okay ist kein Portal aber Nein Das wäre so gut gewesen Äh Warte Zack Zack Schön treppchenweise Äh ja Treppchenweise Ich mach mal ganz nach unten Kann ich mich Schön lange Schön lange Wenn es ernst wird In der Luft halten Äh Ey Was springst du nicht mehr Achso Ach Ja das war jetzt dumm von mir Jetzt bin ich kurz stehen geblieben Und ironischerweise schaffe ich es dann Wenn ich hängen bleibe Wenn ich stehen bleibe Ja Errungenschaft Grandmaster Graffiti Mancer Ihr seht das glaube ich gar nicht im Stream Ne seht ihr nicht Das bedeutet ich bin jetzt scheinbar im letzten Abschnitt Ich kann immer kurz die Errungenschaften durchgehen Ihr seht es nicht Warte mal Prove yourself as a Graffiti Mancer Emperor Okay wir sind jetzt wirklich scheinbar im letzten Abschnitt Danach gibt es noch irgendwie Real Gauntlet und The One Aber das sind glaube ich So Bonus Dinger quasi Diese Geräusche von deinem Controller Controller Ja ja Hört man das Klick 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 Hört man tatsächlich laut Wartet So Wo ist eigentlich unter dem Schreibtisch ab Naja Äh Hab ich die Dinger gerade abgelenkt Na cool Juhu Juhu Ey weg damit Achso Ich verstehe Die sind Standardmäßig da Okay ich hab's verstanden Boing 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 Okay ich hoffe Zack 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 Okay Sehr gut Ähm Soll Klick klick Ja Verpapp Nein Nein Ich weiß immer nicht wie ich auf sowas antworten soll Ich bin's draus lustig Was war das denn Muss ich da unten hin Kann ich da unten hin Eher gesagt Fast mal geneigt auszuprobieren Okay da war ein Tod auf mich Jetzt rastet Leon Hecht Rastet Hei 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 Oh Warte Ich hab einfach mal irgendwas gesetzt Hat sogar funktioniert Oh Gott Jetzt muss ich das selber machen Na super Oh Das wär so gut gewesen Aber kann ich das nicht rein theoretisch auch ohne diese Dinger schaffen Äh Ja so schon mal nicht ne Was war das jetzt Geh da rauf Hä Achso Ach ich hab ja Schutz Ich hab ja Schutz Ich Idiot Äh Dann lass mal so machen wieder Oh es war gut platziert Jetzt fliege ich ein bisschen nach vorne dabei Das ist gut Das kann ich angehen Nein Ich hab noch einen Jump gebraucht Ich hätte doch nur noch einen Jump gebraucht Oh Okay wie mach ich denn das jetzt am besten Dann fliegen die da ja rein theoretisch Scheiß Ah guck mal ich brauch nur einen Setzen glaube ich den geht das schon Ich kenne die Cutscene Haltet die Fresse Jetzt du Leon Ich weiß War wahrscheinlich wieder irgendein Zitat von mir Ich weiß aber nicht woher Das ist wieder dann wenn Wenn ich wieder ausraste So ein bisschen ungeduldig werde Ja Dann fang ich wieder an das Spiel zu beleidigen Oh Gott was tue ich Spring Ah Ah Oh das wäre so gut gewesen Jetzt gleich ganz an die Kante Dann fliege ich jetzt schon weit Glaube ich Hoffe ich Bitte ich Oh nein das Ding wird mich zermal Oh Das habe ich verdient Hm Hm Wieder komische Nachdenkgeräusche Alter Wie das Ding genau auf mich zukommt Allerdings Was hast du eine blöde Angewohnheit von dem Die Chameleon News Sie Watt Sie guckt deinen Stream und frisst Blätter Da hast du einen tierischen Fan Achso Stimmt du hattest ja ein Chameleon Chameleon Aha Ich erinnere mich Rayman Revolution Part 41 Per Heißluftballon Da war das Könnte aber auch noch recht aktuell sein Weil ich glaube sowas ähnlich Alter Sowas ähnlich habe ich es neulich auch noch gesagt Irgendwo Irgendwo wo ich auch eine Katze nicht überspringen konnte Wo war das nochmal Okay 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 Jetzt habe ich es auch ohne blaue Oh Da habe ich den Lucky platziert Okay Oh bitte lass es jetzt nicht irgendwie noch Dass ich jetzt sterbe Dass ich das normal machen muss Den Anfang Bitte nicht Okay Ich muss nur das Ding platzieren Okay Ja das war Das war aber scheiße platziert Das ist aber wohl ein Witz alter Tschüss Alter wie soll ich das Ah doch Ich habe vielleicht ne Idee Ah gut Ich werde respawn Als du aus Versehen den Stick nach oben gezogen hast Und das Level verlassen hast Ach ja Genau Ich erinnere mich sogar noch Das ist auch ärgerlich man Völlig berechtigt Schön wie irgendwie in meinen Streams immer nur Rayman Revolution Thema wird Aber ich habe ich ja nichts gegen Ich finde es immer wieder witzig Äh Dinger Kommt ihr nach Oh wie fies Hä Ist das untere Ding wieder verschwunden Oder was war das gerade Minimal verwirrt Boing Boinky doinky Fand ich gerade äußerst merkwürdig Gehe ich schon mal gleich hoch Wenn ich das Ding schon mal Gleich platzieren kann Genau Warte mal Ja das untere Ding verschwindet dann Was soll das denn Was ist denn das für ein Quatsch Ah guck mal wenn ich Ich konnte gerade Ach so Aaaaaaah Okay Ich habe gerade in den Kommentaren gelesen Letztes Mal hatte ich 30 Minuten schon erst Spoiler Das waren erste die Trolls Deswegen kriegst du die Errungenschaften Was Also ist dieses Re-Gauntlet quasi auch nochmal ein Abschnitt Aber der dauert doch nicht So lange wie das Hauptspiel hier oder Naja werden wir sehen Sonst machen wir irgendwann nochmal einen dritten Stream Dann ist das halt so Aber ich habe nicht bedacht dadurch Dass ich ja quasi immer wieder den Boden berühre Kann ich ja Und endlich neue setzen Ah Mist Hier kann ich aber Das ist Ah ich habe eine Idee wie das geht In der Theorie Aber in der Praxis nicht Wenn du willst können wir Witze flach legen Badumts Ja Können wir gerne machen Flachwitze sind Was war das denn Sind immer sehr interessant Ja Ach so ne Bei dem Monster stream 30 Minuten Verspätung Mein längster Livestream Ach der war cool Ja Zelda werde ich dann auch bald mal weiter streamen Ich habe ja gerade nur Bock auf Daffy Gravity Ich werde das hier mal ein bisschen weiter zocken Ja Boah bitte lass den Stream Äh den Stream sei schön Das Spiel aber nicht mehr ganz so arschig lang werden Okay Nein Oh zu früh abgesetzt Boah Scherz Keine Ahnung wie lange das geht Bin verzweifelt Achso weil du meinen Counter zählen musst Ja also meine Deaths Du musst meine Deaths Countern Digga ey Oh man Naja werden wir ja sehen Wir werden einfach so weit zocken Wie ich gerade Lust habe Wie weit ich komme Mal gucken Kriegen wir schon alles hin Mal gucken ob wir es überhaupt Im Stream dann zu Ende zocken Oder ob wir es vielleicht Irgendwann mal Alter Das geht nicht durch die Wand Das geht gar nicht durch die Wand Äh Okay da muss ich aber ehrlich zugeben Dass ich keine Ahnung habe Wie das gehen soll Hm Wenn er anfängt Spiele zu beleidigen Wen beleidigt er am meisten Seine Inkompetenz Ja Wieso Wieso Verschwindet denn Das andere Ding Dann Das ist total Schwachsinnig Jetzt ist es irgendwie Nicht verschwunden Oh Ich baue mir langsam Eine Treppe Okay Hier bin ich scheinbar sicher Äh Das ist gerade mehr als unproduktiv Wenn ich ehrlich bin Ja guck mal Kaum will ich was anderes setzen Sterbe ich einfach gleich Row to 200 Yeah Ich will nicht Okay aber ich mit dem blauen Es ist komisch Wenn ich das orange mache Dann verschwindet das andere wieder Das ist ziemlich merkwürdig Aber gut Ich kann doch eigentlich Zwei zur gleichen Zeit setzen Oder nicht Oder kann ich gar nicht Ach so lange her Als ich das gestreamt habe Ich weiß es nicht mehr Ich weiß es doch nicht mehr Leute Oh das war dumm So Fail platziert So da wollte ich Sinn haben Geh noch ein bisschen näher So das war gut Wie weit so ungefähr Oder auch nicht Alter Das ist doch voll schwer Das ist echt ziemlich hart Oh es war Oh es war Hey Hey Ne die gehen wieder langsam Richtung Tod Der eine dreht schon um Wo wurde Fräsenhunger also Leon geboren YouTube Da wir ihn Nicht kennen Verstehe ich nicht Ne Ne Ich wollte gerade was sagen Aber ich verkneife es mir Okay wie machen wir das jetzt hier Also verstehe ich schon ranziehen Ja Aber hier bewege ich mich Irgendwie nicht wirklich vorwärts Ganz bisschen Ne das ist Aber ganz genau Getimed hier Aber guck mal der andere Verschwindet doch dann wieder Das ist doch total schwachsinnig Versuch nochmal was Jo Ne Hä Ich kann ja anscheinend nur mit einem arbeiten Apropos Zahlen Ich muss eigentlich für Mathe lernen Kennt ihr das Additionsverfahren Auweia Ja Äh Oh wie waren das nochmal Oh das war eigentlich das Verfahren Was ich am wenigsten mochte Das Gleichsetzungsverfahren Oder das Aber das Einsetzungsverfahren Kann ich auch nicht mehr Aber wie ging nochmal Das Additionsverfahren Überlege ich gerade Na kommt ja auch ein bisschen Auf das Thema an jeweils Ne Ja ich helfe dir aber mal lieber nicht Bevor ich wieder irgendwelche Scheiß erzähle Was dann einfach gar nicht stimmt Wäre dann ja auch nicht so Toll Glaube ich Ja wie soll es denn da weitergehen Das ist doch total bullshittig Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Sorry Warte ich habe vielleicht eine Idee Wenn flachwitze um Leon handeln Sind das flachgelegte Witze Und sowas wie Chuck Norris Witze Ich mache mir jetzt keinen Witz Okay Ich hänge immer noch am Assis Zu uns verfahren Irgendwie war das ja Wenn du zwei Gleichungen hast Glaube ich Zwei Unbekannten Das ist ja für die Auflösung Von zwei Unbekannten Meine ich Nein Nein das wollte ich gar nicht Ich will mal mit dem blauen Portal versuchen Ähm X mal Y einsetzen Mal rechnen Bla 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 Äh Och Gott Und Emil musste dann die X Y und Zahl Irgendwie untereinander bringen Und ab Ach das war ganz komisch Ich weiß es nicht mehr Sorry Das benutzen wir gar nicht mehr Dieses Verfahren PQ Formel und so Ach ja Das ist dann viel einfacher Die kann ich vielleicht sogar noch Auswendig aufsagen Ich bin so dumm Ich wollte noch das Blaues probieren Ah Hier warte mal P halbe Ne minus P halbe Plus minus Wurzel aus P halbe zum Quadrat Minus Q glaube ich Das war glaube ich Das Dings Verfahren So jetzt benutze ich auch das Blaue Und muss aufstoßen Wie spät ist es eigentlich Ich habe jetzt meine Bildschirm umgestellt Das heißt ich habe jetzt nicht mehr die Uhr im Bild So ein Mist aber auch Naja ich kann ja sehen Wie lange wir schon aufnehmen Knappe Pass mal auf Und jetzt setze ich das mal da hin Das war mein Plan Hat nicht so ganz funktioniert Naja Nein da hin Oh Okay Okay Der fliegt gut Bitte nicht zu lang die Strecke Oh der fliegt gut Der fliegt gut Leute Oh der kriegt richtig ab Oh Oh nein Das kann ich angehen Moment Einfach um was drücken Soll ich dich zitieren Ja gerne 20 Uhr 40 Okay ich nehme jetzt Stream seit 38 Minuten Also kommt hin Da haben wir noch Zeit Leute wir haben Zeit Wir brauchen gar keinen Stress haben Wo kommt das Ding her Nö Wir haben keine Zeit Ähm Aber ich finde die Mucke eigentlich ganz gut Ich finde die Mucke eigentlich ganz gut Neunde Klasse Wir brauchen bitte schon ein Anziehungsverfahren Warum lernen wir nicht mal was mit Steuer und Miete und sowas Ich meine was wir auch wirklich brauchen Der Tweet von dieser einen da Ja aber es stimmt schon Ich meine ich habe kein Problem mit Mathe Ich würde sogar sagen Mathe ist mein Lieblingsfach Ich kann das Aber so sehr ich es auch mag Na was heißt mögen ist es auch Falsch aber Man brauche es wirklich nicht Die Chance dass du es mal und man brauchst ist sehr gering Ich habe schon mal gesagt Der einzige Job wo du sowas brauchst ist als Mathelehrer Ja also Man Boah jetzt bin ich so Ich bin auch so fettig dass ich das Level geschafft habe So glücklich Dass ich jetzt spiele wie so ein Vollspaß-Ski Yolo Jawoll Hä Oh Gott Achso Oh das ist aber mies jetzt Was soll kurz zum Aufladen dienen Hey Ich kenn dir gleich Äh bl 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 Ist so Jaja Aber auch andere Fächer Sind sehr unnütz Das einzige was man irgendwie noch wirklich gebrauchen kann Falsches Portal Äh Mathe 4 ja Ich hatte mal in Mathe eine 5 ja Und einfach nur durch Nachhilfe Bin ich dann so Gut geworden Also Nachhilfe kann auch helfen Ich bin so scheiße Oh Aber trotzdem kann ich nicht richtig berechnen wie das Ding fliegt Ähm Das einzige Fach was man vielleicht noch ein bisschen bräuchte ist vielleicht Englisch Ja Weltsprache und so Das ist vielleicht nicht komplett sinnlos Aber So krass wie man es damit unterlernt Ist ja vielleicht auch nicht nötig Ich bin jetzt ein Zeitwächter Also das würde mein Geschichtslehrer sagen Und ich weiß dass du deine Geschichtslehrerin hast Haha Mittlerweile habe ich sie nicht mehr Ich habe keine Geschichte mehr Zum Glück Aber Die ich letztes Jahr hatte Ah Die war schlimm Ja die war richtig schlimm Die war richtig ätzend Äh Ich warte mal So bis das Ding hinten ist Oh das war jetzt ein bisschen Boah es wird aber Nein Es wird aber echt arschig 1,7 Easy peasy Scheiße Oh wie macht man das denn jetzt am besten Hier Oh weia Aber es stimmt schon Fächer kommen auch ganz oft auf die Lehre an Manchmal immer einfach so Arschlochlehrer Die einen einfach hassen Mann wieso hält der sich da denn nicht fest Der Spacki Ach noch hoch gerettet Yolo Oh weia Ich habe Latein Nachhilfe Muss ich mir Sorgen machen Aber statt 4 und 5 hatte ich 2 und 3 Ja Latein Nachhilfe ist nicht schlimm Das Latein ist scheiße Ich hatte zum Schluss eine 4 minus Ich habe in Latein nicht 1 meine 5 geschrieben Ja Nur ganz viele 4 minus zum Schluss Da bin ich ganz stolz drauf Am Anfang noch so 1 Yo Latein ist ja voll easy Das wird irgendwann einfach so ekelhaft Zum Glück habe ich Latein auch nicht mehr Ich habe Ich habe die Schultertasten vertauscht Englisch easy Kipp mal 2 plus Ich kleines Streber So Wenn ihr schon so ne Streber seid Ja Dann könnt ihr mir mal erklären Wie ich das hier mache Ich muss ja kurz absetzen Dann gehe ich einfach wieder hoch gleich So Der geht bis dahin Das ist aber auch kacke Scheiße Spring Bitch Oh Das kann ich Das kann nicht wahr sein Die Plattform Dreht sich auch nur noch Verdammt Da war der Ausgang Oh so ein Mist Das habe ich nicht ohne Warum gehe ich eigentlich hier hin Ich Arschloch Ich Arsch So Streber am Arsch Ja ja Kennt ihr diese Leute Wie zum Beispiel Tim Oh ich habe die Arbeit voll verkackt Was hast du Ja nur ne 3 Leck mich Das sind mal die ganz schlimmen Nein Ah Ah Leon Leon Das ist doch Oh Was tue ich Komm schon Ja Ich bin ein bisschen verzweifelt Ich Arschloch Ich Arsch Oh Das war jetzt richtig dämlich Nein Jetzt allgemein Alles dämlich Was ich hier mache Mega Coole Techno-Mucke Oh leck mich Oh Okay Zack Aufladen Springen Oh So Der Abschnitt da wird einfach nur noch arschig Einfach nur noch arschig Oh Gott, nein Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey Ich bin so aufgeregt Oder spiel mal durch, aber Warum beigere ich das so? Weil es einfach nur dämlich ist, was ich hier mache Ich quäle mich selbst durch so ein komisches Indie-Spiel Was niemand kennt und nur 9 Cent kostet Und was eigentlich ganz cool ist Oh, das war jetzt, das war jetzt sowas von dumm Auweia Da muss ich ihn aber mal selbst schlagen gleich Spring Bitch Mega Nils Oh, jetzt hat mich nichts abgelenkt, das ist nichts schuld Oh, mein Lol Okay War das Streaming gerade kurz unterbrochen? Ne, weil ich hatte gerade eben kurz so ein Loading-Video Moment, Nachhilfe, ich frage meine Freunde und kriege das Dreifache raus Habe gar nicht überlesen gerade Ja, und ich bin TTT Ja, jetzt streame ich gerade, du Ja, geht, ne Geht doch nicht Komm schon Nein Ich lasse mir aber auch Zeit, du Das kann doch mal tödlich enden Wäre das eigentlich davon angezogen, diese Oh, das war Oh Gott, wie mache ich das jetzt? Komm schon Ah Oh Mann Ich mach einfach so Ich versuche gleich mal was Ich habe vielleicht eine Idee, wie ich das gleich mache Wenn ich zuerst die Orangen-Ginnen benutze, dann kann ich mir die blauen, mit denen das Deutlich besser geht auf Sparen Wow Okay Das war gewagt Hat aber irgendwie funktioniert Ähm, ja Hm Jetzt kann ich natürlich doch nicht benutzen Ich Arsch Äh 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 Na, kann ich jetzt nichts mehr machen Äh Warum nutze ich jetzt eigentlich die Orangen-Ginnen? Bin ich eigentlich kacke im Kopf? Blblblblblblblblblblblblblblblblblbl, coole Mucke Oh Was tue Was tue ich? Ich dachte gerade, ich Oh Ich bin so ein Idiot Und Timo ist auch da Timo Hilf mir Das hat sie gerade komisch angehört Okay, wie mache ich das? Oh, das ist doch Ey, das ist doch Nö Ich schweige mich Nein Nein Timo hat übrigens bei Timo Du hast übrigens bei mir eine pinke Schrift Das finde ich sehr Sehr sexy Äh Jetzt kommen sie wieder alle Die TTT, Leute Du Dadadadadadadad Immer hat irgendjemand keine Zeit, wenn man TTT aufnehmen wollte Heute bin ich es mal Sonst vergesse ich es einfach nur Ah Was? Bleibt er da nicht drin? Ey, was bleibt da nicht drin, der Vogel? Wurde sein. Wax, in welche Klasse geht es? Ra, ra, ra. So. Hm. Hm, 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 hm. Ich sagte schon, dass... Ich bin dumm. Ich bin dumm und dämlich. Mann, wieder. Genau auf mich zieht der Sack. Gibt's doch gar nicht. Mann, ich war doch schon einmal fast am Ziel. Mann. Das ist ärgerlich. Okay. Volle Konzentration, ja. Hat funktioniert. Ah. Totale Verzweiflung. Ähm. K. Klasse 9. K. Okay. Ich hab vielleicht... Ich hab... Das hab ich schon oft genug gesagt, aber... Aber ich hab ne Idee. Das heißt, muss ich zack, zack... Nutze ich das, um die Buß aufzubauen und rette mich hier rein. Und ich sterbe. Doch nicht. Oh, fick dich. Oh. Das wär... Oh. Ey, noch ein Sprung, ja. Und ich hätt's geschafft. Obwohl, ob ich rechtzeitig abgesprungen wäre, das ist auch wieder eine andere Frage. Ey, genau an dieser Stelle bin ich verzweifelt. Oh, nein. Oh, nein. So. Machen wir's so, ja. Okay. Das ist ein... Mehr als guter Platz. Jawohl. Oh, bitte einen Speicherpunkt hier. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Hä. Habe den... Ich lege gerade, den hab ich da oben ganz übersehen. Ich bewundere dich. Ich hatte wenigstens keine 6. Hattel nur voll von 5 Minus. Na, über Noten, die ich mal geschrieben hab. Ja, da möchte ich jetzt keine Worte drüber verlieren. Latein ist trotzdem kacke. Okay. Letzte Challenge hier. Bitte. Ich möchte dann gerne diese Errungenschaft haben. Bitte. Oh, Speicherpunkt. Danke schön, Spiel. Danke. Danke, Indie-Entwickler, dass ihr so nett seid heute. Ich will sterben. Ich präg mich jetzt einfach nur noch um, damit ich weiß, dass hier ein Savepoint ist. Damit ich... Ich schmer... Ich füge mir Schmerzen zu, damit ich spüre, dass ich noch lebe. Oh Gott. Ich bin so ein Emo. Oh. Rayman Revolution Part 53 von Scheidern und Massengräbern. Ach, nee, jetzt halt die Klappe. Okay, komm schon. Was ist das denn? Oh, weia. Oh, dann muss ich aber nochmal alle... Jetzt muss ich nochmal alle Portale auspacken, ey. Oh, weia. Okay. Äh, ah! Oh, war ich nicht aufgedrückt. In die Lücke. In die Lücke. Sehr nice. Hoppala. Oh, weia. Okay. Ich dachte, komm, wir wollen... Wie lange streamst du heute? Ich hatte eigentlich vor, das Spiel durchzuspielen, was, glaube ich, nicht mehr lange dauert. Aber... Ich bin dumm. Aber irgendwie kommt da noch... Ich werde sehen. Also, ich glaube, TTT wird heute nichts mehr, ne? Ah, okay, okay. Da oben hin. Ganz ide... Oh. Oh! Das wäre voll der coole Move gewesen. Hat aber nicht funktioniert. Äh... Timo. Äh... Ich vermisse dich. Okay, okay. Kann ich mich. Elegant durch die Lücke. Na! Wieder alle. Wieder alle fünf. Ja, es tut mir leid, Mann. Neulich war doch zum Beispiel auch Andi einfach nur nicht da. Und alle anderen wären irgendwie aufgeregt. Dann regt euch jetzt über mich auf. Im Moment tut ihr ja auch. 100 Tode! Ach, du musst dich verzählt haben. Das sind schon mehr. Okay, warte mal. Ah! Alter, das ist aber auch schwer. Ja. Na gut, man kriegt ja faire Rücksetzpunkte, nicht wahr? Warum habe ich jetzt hier ein Portal gesetzt? Ich weiß es nicht. Oh! Ja, Leon, gleich ist es 21.10 Uhr. Oh, dann kommt Andi. Cool. Äh... Also fehlt Andi noch, oder was? Ach ja, wer will jetzt eigentlich, dass wir zocken? Ja, wir haben doch noch zwei Folgen auf Lager, Mann. Mit einer richtigen YouTube-Persönlichkeit. Wollt ihr eine Folge TTT sehen, Leon, wenn ihr seht? Die würde erst ein paar Tage kommen. Aua! Wer hier sagt jetzt ja? Weil da muss ich aufhören. So, wie stelle ich das hier jetzt am besten an? Oh, ich muss da... Oh, Andi ist auch da. Mike! Auf Twitch? Du bist scheiße. Ja, Andi scheißt wieder auf die Rechtschreibung. Äh... Also nur zur Info, und das ist Andi, der darf so schreiben. Tim und Andi machen Liebe. TTT, das ist hier, wo du das wär. Ja, ich muss gucken, pass... Hm... Wir können das ja vielleicht sonst so machen, dass ich jetzt mal sterben gehe. Nein. Dass wir vielleicht... Habe ich da die... Hä, ich hab ne Idee. Dass ich jetzt bis zum Dings spiele. Bis zur nächsten Errungenschaft, bis ich quasi jetzt... Moment, wo bin ich jetzt eigentlich... Ja doch, ich bin ja kurz vor dem Grand Gravity Manster-Scheißer-Errungenschaft. Wenn ich damit durch bin... Was tue ich denn hier eigentlich? So, dann vielleicht auch, wenn wir noch TTT hinterhängen? Hm, mal gucken. Wie gesagt, eigentlich möchte ich das hier jetzt zu Ende bringen, mal. Alter, wie soll man denn da gescheit vorbeikommen? Das ist voll hart. Andi, nein! Harte Diskussionen im Twitch-Chat. Ja. Die TTT-Leute übernehmen meinen Kanal. Jetzt reicht's, Leon. MW2. Ja, wenn ich mal MW2 hätte, ne? Ui, ui, ui. Mann, wie stelle ich das denn hier an, Alter? Das ist voll hart. Ah! Na! Alter, wie komme ich denn da vorbei? Counter-Strike. Habe Leon mal gesehen. Und der war ja... Naja. Wo ist Niedersachsen? Oder Friesland. CS-GO! Ne, wenn schon Source. Oben. Sagt ihr schon, dass ich ab hier nicht weiterkomme? Muss ich nicht mal sagen. Das merkt man, glaube ich, schon. Warte mal. Vielleicht... Vielleicht... Muss ich ab... Pfff! Was für'n Move! Alter! Da kommt man doch nicht vorbei! Herr Leon, nächste Investition, CS-GO! Vielleicht! Vielleicht! Mein weißt du, da haben wir schon Counter-Strike-Source geholt für Gary's Mod. Und so, da können wir quasi Counter-Strike-Source... Nö! Wir nehmen nur CS-GO! Oh, Mama! Nur weil CS-GO voll mit Hackern ist... Ist es voll mit Hackern? Ich hab keine Ahnung. Ah! Kannst du mal 3799? Nein, kann ich nicht! Ich hole mir den nächsten GTA 5! Geld hab ich nicht! Ich bin sein Sponsor! Nein! Du brauchst mir jetzt kein Spiel schenken! Nein, nein, nein! Ah! Ich will hier endlich mal durchkommen, ey! Ich bin zu sehr darauf fixiert gerade. Oh, nein! Hashtag Einzelkind. Ah, Leute! Stop whining! Oh, wie kommen wir denn da vorbei? Leon, GTA 5 fassen Sie schon auf PS3. Nein, hab ich nicht! Das hat ich mir quasi nur verlie... ...geliehen. Sozusagen. Und ich will sowieso die PC-Version haben, weil... ...PC-Version. Jetzt mal... Oh! Oh, Bitch! Nein! Ah! Ah! Oh, Mann! Ja, ich hämmer alle Tassen gleichzeitig. Dann merkt, dass ich minimal verzweifle. Och, Mann! Das war so gut gerade. Aua! Das war gut! Ach! Das war nicht komplett scheiße. Warte mal. Äh! Durchgefallen. Ja, ja. Viel Spaß. Global Elite. Yo! Ich habe Counter-Strike doch auch... Mann, ich habe es doch erst sieben Stunden gespielt. Ich habe es doch eigentlich nur für Gary's Mod geholt. Ich habe es doch mal ein bisschen ausprobiert, ne? So, werde ich jetzt angezogen und gehe weg gleichzeitig. Das wäre echt nett von euch. Das habe ich mit dem Eigentum geschlossen. Kennt ihr Chivalry? Habe ich auch nicht. Mann, das ist... Oh! Oh! Ja, und sind deine Eltern Geschwister? Vielleicht. Ach, Andi, du bist behindert. Ähm. Warum versuche ich eigentlich immer noch auf das Spiel einzugehen? Das bringt gerade sowieso nichts mehr. Alter, wie sollen wir denn hier gescheit vorbeikommen? Das ist voll hart. So hart wie mein P... Nein. Medival... Medival Warfare. Medival Warfare. Oh Mann, das ist echt noch härter als der Scheiß eben. Ich schicke euch wieder coole, coole Bilder in den Chat. Macht doch! Macht doch, was ihr wollt. Ich gehe mich gleich erhängen, aber in echt. Oh, der Stream hat eine Stunde erreicht. Yay! Ja, ja, ey, ey. Jetzt schaue ich mir immer diesen ersten Abschnitt. Hier und so. Ich fange gleich an zu weinen, ey. Das ist echt nicht einfach. Hier, der Anfang, da bin ich jetzt gerade einfach nur zu dumm. Ja, das geht eigentlich noch. Hier. Zack! Aber wie soll ich denn das ab hier machen, ey? Das ist voll übel. Da kommt doch keine Sau durch! Oh, das war ein bisschen... Timo, der Wurstie. Mein Case Opening. Damit ich... Dual Beretta Yachthafen kriege. Komm schon! Oh, Bitch. Warte mal. Mach ich mal da hin? Pass mal auf, ja? Das war richtig scheiße. Oh, das kann nicht angehen. Alter, das ist voll übel. Das ist richtig ekelhaft sogar. Merkt man, glaube ich, ein bisschen. Ja, flieg doch genau auf mich zu, du Arsch. Ich werde bekloppt. Das kann ich... Was hält dieser Schwucke sich da nicht fest, Alter? Ich wollte nicht festhalten. Warum bleibt er da nicht drin, die blöde Sau, ey? Kann doch nicht angehen. Kann doch nicht angehen. Das war so gut. Ich habe wenigstens eine gute Möglichkeit gefunden. Wie mache ich das? Wie mache ich denn das jetzt? Leute, nein! Alter, das ist doch unmöglich, Alter. DSA. Ja. Viel Spaß. Beim Kaufen von teuren Mikrofonen. So, verpiss dich wieder. Okay, ich habe jetzt... Jetzt diese Kackstelle hier verstanden. Hier, Yodo, brauche ich gar nicht... Was tue ich? Warum tue ich das denn? Rage-Mode kommt bald wieder. RRP. Rayman Revolution Part. Oder was? Oh, Alter. Okay, aber ich habe ja... Ja? Ich habe jetzt den Anfang hier... Kriege ich jetzt einigermaßen hin. Ja, ja, ja. Leck mich doch am Arsch. Oh, was mache ich denn da am besten? Am Ende. Noch viel schwerer. Das wird immer schlimmer. Verpiss dich. Verpiss dich! Das ist bloß kein Scheiß. Nein! Alter, was soll das denn so einfach... Nö! Ich habe keinen Bock mehr. Ja, dann lasse ich die Idee spielen. Nein! Ich habe gleich allgemein keinen Bock mehr auf mein Leben. Oh, ich werde gleich so erleichtert sein, weil ich diesen Abschnitt einfach hinter mir habe. Na, ich habe wenigstens den... Real Gravity Mensa Shit oder so wie er heißt da. Oh Gott, nein! Das reicht nicht! Das reicht nicht! Das ist ja wohl ein Witz, Alter! Nein! Nein, 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 nein! Alter! Gott, nein! Oh! 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 Ich bin so im Stream! Ja, ich bin gerade im Steam-Overlayer, siehst du nicht. Ich habe die Errungenschaft immer noch nicht gekriegt, oder? Ne! Bring mich um! So, ich muss erst mal hier lesen. Äh... Welch mal kommt bald? Kann Leon nachts einschlafen? Nein, durchs Fappen bleibt er wach. Aha! Wenn ich Leon auf der Gamescom sehe, gebe ich ihm erstmal eine Paysafe-Karte. Und Autogrammverleihung. Es hat den Anschein! Ja, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, aber es ist, dass ich dieses Jahr nicht auf der Gamescom bin. Weil irgendwie sind schon alle Karten ausverkauft. Oh, das ist cool. Und irgendwie wollen sämtliche Kumpels hier wie auch nicht mehr. Oder haben keine Zeit. Und das ist gerade ziemlich scheiße. Ich muss mir da was einfallen lassen. Oh, das wird jetzt alles durcheinander bringen. Das hat jetzt was gebracht? Auweia! Ah, oh, okay. Ich hab's gerade einfach mal random ausprobiert. Hey, was bringt'n das jetzt? Bäh! Ah! Ist ja am Anfang ne Tür oder so? Ich guck' grad mal. Ne, aber hier ist ja auch nichts. Wann denn auch schon, ne? Von der PC-Card? Ja, das ist blöd. Also, ich würd' liebend gerne zur Gamescom. Das war richtig geil letztes Jahr, aber... Wenn keine Karten da sind, dann sind die Karten da, ne? No-Go-Gamescom. Ja, ich guck' mal. Ob ich andere Interesse finden, finde? Hier, Nils und so, ja? Was sagt ihr dazu? Nein, muss mal gucken. Aber wie gesagt, es sind scheinbar irgendwie schon... Das war dumm. An der Karten auch so kauft. Deswegen... Ne? Ne? Aber vielleicht gibt's noch irgendwelche illegale Seiten. Nein. Ah, es gibt ja vielleicht noch welche, die das verkaufen. Man kann das ja auch da vor Ort kaufen, aber ich trau' dem nicht so ganz. Ich hab' wirklich nen Code reingeschrieben. Los, kreilt ihn euch. Ich will ihn gar nicht. Hoppala. Ich bin da in den USA. Oh, Nils, ich bin in den USA. Oh, Mama. Was bringt denn das jetzt? Muss ich jetzt einmal wieder zurück vielleicht? Man! Oh, man, oh, man. Ich seh' einfach nicht, was das bringt, wenn ich ehrlich bin. Da komm' ich ja durch, das ist cool. Irgendwas seh' ich da aber auch. Kurz. Also, warum er das bringt. Ich verschwinde dahinten voll wieder. Komm' ich da unten jetzt mal irgendwie durch oder so? Wovor der Secret Way jetzt... Nö. Das freu' ich nicht. Hm. Ich weiß nicht, er scheint dann irgendwo auf dem Rückweg oder sowas. Aber ist cool gemacht. Hm. Nö, wenn du spawnst, das war ein Pfeil nach links. Vielleicht musst du erst die Scheitern machen und dann nach links. Da war ein Pfeil nach links. Verdammt. Moment. Zack. Joa. Viel Glück beim wieder nach links kommen. Oh. Hä? Wo ist denn hier der Pfeil nach links? Mach's mit dem Mund. Ja. Tot. Ich seh' jetzt zwar keinen Pfeil nach links. Oder kommt da gleich einer? Oh. Tatsächlich. Da ist einer. Warte mal. Pfeil zeigt... Boah, wie soll ich denn da wieder nach links kommen? Geht doch gar nicht. Na gut, wahrscheinlich muss ich da mit den... Gravity-Dingern arbeiten. Oh, weia. Na, das wird ja witzig. Okay. 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 Langsam, aber sicher... Nein. Oh, alter. Er ist ein Stück nach rechts. Oh, das ist der Pfeil. Ah, und nach oben. Und da ist jetzt ein Knopf erschienen. Ich finde es interessant, dass er nach unten zeigt, wo ich nach oben ziele. Bäh. Verabsicht. Okay, ich muss scheinbar alle drücken. Und dann passiert irgendwas Wunderbares. Macht das nochmal voller Emotionen. Was denn? Stopp. Habe ich den jetzt unten gedrückt? Bin mir gar nicht sicher. Ja. Auweia, das wird jetzt übel. Oh, ich bin so dumm. Hm. Oh, Gott. Stopp. Äh. Oh, es war... Ha! Jetzt habe ich kurz den Chat gelesen. Hm. Hallo. Wir haben den Stüben voll vergessen. Macht ja nix. Okay, du gehst jetzt pennen. Oh, es ist ekelig. Man, bitte lass diesen Abschnitt nicht mehr so lange dauern. Boah, wie komme ich denn da am besten? Durch. Ich habe keine Ahnung. Ja. Oh. Äh. Ich fange an zu weinen. Wie soll ich denn da... Alter. Ich kann vielleicht einmal was ausprobieren. Boing. 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 Stopp. Ähm. Ha! Oh! Oh! Jetzt habe ich kurz nicht auf das Ding geachtet. Scheiß niemand an. Nein, das wollte... Das wollte ich nicht! Lol. Ja, das wollte ich. So ungefähr jedenfalls. Ah. Das geht aber auch nicht gut aus. Nehm da hin. Ah. Oh nein. Die fliegen gleich auf mich zu. Oha. Da. Nein! Mach das bitte 10 Sekunden. Ja. Tod. Ich weiß nicht, ob das 10 Sekunden war. So. TTT Nummer 30. Äh. Übermorgen. Glaube ich. Weil wir mittlerweile niemals oft zum Auskommen kommen, habe ich jetzt beschlossen, dass TTT nur noch ungefähr jeden dritten Tag kommt. Oh man. Ich habe gerade so gut vorgelegt. Oh man. Ist das blöd. Ist das ärgerlich. Aber gut. Bei jedem anderen Spiel hätte ich schon rumgeraged. Hier verzweifle ich einfach nur. Oh Gott. Das ist ein ziemliches Bullshit-Laber. Einfach nur noch. Es ist Sonntagabend. Was erwartet ihr? Oh man. Okay. Komm schon. Oh. Ich möchte wieder so geil platzierten Shit sehen wie eben. Oh. Das war jetzt nicht gut. Und da bitte hin. Oh. Da kann ich angehen. Mit Lavagot. Ja. Das ist der nächste. Ich muss hier gleich noch rendern. Ja. Gut Job. Ist der Stream gerade hängen geblieben? Bei mir ist der Stream gerade hängen geblieben. Ich streame aber noch, oder? Also das Spiel läuft noch, oder? Weil ich sehe bei mir auch grundsätzlich gerade keinen Ladescreen. Nicht, dass ich mein Internet gerade wieder denke, ob ich zu kacken. Okay. Der Stream läuft noch. Merkwollt. Bei mir ist er gerade im Hintergrund hängen geblieben. Okay. Na gut. Fick dich doch, Nils. Lava keine Scheiß. Wow. Cooler Move. Soll ich mal versuchen, oben rüber irgendwie hier zu kommen? Ja. Ja. Ich bin so dumm. Das hätte ich die ganze Zeit machen können. Jetzt bin ich auch gleich hier. Ich war naiv. Aber wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Oh, oh weia. Oh, jetzt, hä? Jetzt wieder da hin? Ah, es hat aufgehört. Das ist doch krank, das Spiel. Ja, die verarschen uns hier. Von wegen, ey. Oh, cool. Nur Abschnitt. Bitte mit Savepoint. Das wäre überhause nett. Hä? Was soll da hin? What the fuck? Ah, jetzt ist doch bestimmt noch rechts was, ne? Voll wieder zu da einfach. Dann gehe ich halt auch erst mal da hin. Wenn ihr mir sagt, ich soll da hin. Also wahrscheinlich, hätte ich eben wahrscheinlich auch machen können. Aber hauptsächlich einfach nur aussuchen. Oh. Äh! Ah! Oh! Ihr macht mir gerade ein bisschen Angst. Warte mal, ich bringe mal kurz selbst um. Ich muss da ganz schnell mal rum. Hä? Bei mir ist das Film echt hängen geblieben. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Aber naja. Muss wohl so sein. Turbo Boost! Gebt Stoff! Nein! Ja, die labern scheiße. 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 Einfach ohne das Ding. Abschnitt fertig! Ich! Ja! Ja! Errungenschaft! You won! Ah! Ah! What? Leute! Ah! Ah! Okay. Gut. Ja. Ja, der Stream müsste eigentlich gehen. Also, wenn ich ja den Chat bekomme, dann kann ja mein Internetstimmer nicht weg sein. Paul Fish Game. Design. Ian Fish. Paul Fish. Alles Fische hier. Art. Ian Fish. Will Fish. Paul Fish. Simon Fish. Ali Fish. Sammy Fish. Paul Fish. Alles Fische. Will Fish. Freesound Fish. Silamos Fish. DSF. Dynamic Particle System Framework. Aha. Ah, Leute. Es geht weiter. Seht ihr das? Ich sterbe im Abspann. Okay. Boah. Es geht noch weiter. Aber, Leute. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist da hinten jetzt irgendwo eine Tür, wo es dann in diesen Reel Gaunt geht. Wie spät ist es denn? Wollen wir das dann wirklich als Stream machen oder wollen wir das dann einfach privat zocken? Weil so, so, so müsste ich den Stream ausmachen, wenn ich das Spiel wechsle. Ja, ich will aber eben noch hier bis zum Ende spielen. Also eben bis hier hinter dem Zeug da. Wie es aber noch weiter geht. Hoppala. Da, in die Tür. Okay. Komm schon. Oh. Oh. Noch eine Errungenschaft. The True Challenge has just begun. What? Moment. Oh. Okay. Leute. Alles klar. Ich bin ja gerade im Stream Overlay. Okay, Leute. Jetzt kommt nochmal ein Bonusabschnitt scheinbar. Dann würde ich sagen, das machen wir in einem anderen Stream. Ich werde jetzt eben kurz den Stream beenden. So oder so muss ich den ausmachen, damit ich ein Spiel wechseln kann. Weil sonst kann ich halt unlogisch anfangen. Ich kläre mir eben ganz kurz, ob wir das jetzt noch streamen oder ob wir das einfach so aufnehmen. Okay. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen erstmal, ja. Ich muss es leider ein bisschen schneller beenden. Ihr könnt ja im Chat bleiben. Ich lasse es auch an und so. Und ja. Wir sehen uns. Bald mal wieder. Äh. Ja. Tschüss. Voll kratzig. Ich habe einfach zu 7.4 rumgeschrien, weil ich das Video habe. Geil.